Hallo Herr Gutendorf, recht herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag wünscht Ihnen Michael Beller. Lieber Udi, ich möchte mich den Worten von Michael Beller anschließen. Ich wünsche dir zu deinem 90. Geburtstag alles erdenklich Gute, dass du gesund bleibst und für die nächsten 10 Jahre noch fit durch den Fußball gehst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich darüber, dass ich als Kapitän der damaligen Vizemeistermannschaft heute noch mit dir über diese Dinge sprechen kann. Wir haben gemeinsam den größten Erfolg in der MSV-Geschichte errungen und darauf sind wir sicherlich auch du stolz. Du bist auch nicht vergessen, die junge Generation hat sich ja vor einigen Jahren zum Trainer des Jahrhunderts gewählt. In dem Sinne alles Gute, viel Kraft für die nächsten 10 Jahre. Tschüss. Hallo lieber Udi Gutendorf, ich habe gehört, du hast heute deinen großen Tag, deinem Geburtstag alles, alles Gute, bester Gesundheit. Und ich war ja noch einer, der früher vom Fernsehen gesessen hat, als du in MSV Duisburg das erste Bundesliga-Jahr die deutsche Vizemeinschaft errungen hast. Und das war der Weg eigentlich, den der MSV gegangen ist, wo ich von diesen 19 Jahren Erste Liga, 9 Jahre, 12 Jahre mit dabei war. Ich fand das ganz toll. Bleib mir gesund, alles Gute wünsche dir. Bernhard Ennert Dietz.